Aber die Typen, die wir dann gespielt haben, und jetzt sagt das die Charaktere aus Teil 1, das waren ja nicht alle aus Teil 1, oder? Weiß ich nicht, ich hab nur bei Gronkh und Sarazah reingeschaut, die machen ja im Moment Teil 1, und da hab ich gesehen, dass das die Charaktere sind, die wir eben gespielt haben. Weil man hat ja anscheinend immer wieder mal hier welche gefunden aus Teil 1, also ein paar Leichen von den Helden aus Teil 1. Jetzt sind wir in den Vögel übrigens wieder aktiv. Bestimmt, das läuft so gut, das Spiel, die Serie, das Franchise, die Marke. Was ist das denn für ein Scheiß? Was? Teil 3 muss man unbedingt outzocken. Kann man ja auch überlegen, ob irgendwann Teil 1 vielleicht noch der Vollständigkeit halber macht oder so, aber... Ich wollte es nicht ansprechen, aber ich hatte es auch gedacht. Erstmal auf zu 9 Uhr. Da sind die Bürgeratien, aber wenn dann ein Verbruch, man konnte es nicht ausmachen. Ja, die legen kann übelst los. Okay, Moment. Da muss mich ja kurz schützen. Ich bin auch eh, klar, damit euch. Oh Gott, hast du noch eine Robom oder so? Nein. Denn hier wurde gerade irgendwie eine Alarmanlage von dir ausgelöst. Ich? Ja. Ja, ich habe auf das Auto hier geschossen. Jetzt erkennen ich, dass das hier so halt irgendeinem Abgrund hängt. So, ich bleibe mal kurz stehen, bis gleich. Ja. Ja, da kommt schon wieder in die Straße. Ah. Hallo. Ja. Ja, ähm, ich steppe hier gerade. Gut. Dankeschön. Ich halbe mal eben noch. Ja. Fertig. Und weiter geht's. So, Vögel leise, ja, oder? Ja. So, ich höre das ja nie durch das Setz. Du hast ihnen quasi das Licht ausgeknipst, ne? Dann denken die es ist nacht und sind leise. Aber es ist schnell vor allem, ne? Ja. Haben wir einfach sofort keinen Bock mehr zu reden. Tja, so ist das halt. Du bist da, glaube ich, gerade am anderen Arsch der Welt. Ganz weiß. Warum reden wir auch wieder zurück? Wir kommen doch von da hinten. Weil wir es können. Hm, toll. Ich sehe da hinten nur so einen kleinen blauen Punkt. Ich sehe drei kleine blaue Punkte. Ganz einsam und verlassen so. Da sind wir wieder. Ich habe hier dafür schon einen schönen Schaden angerichtet. Oh, ach, wer es glaubt. Jeder, der mir zugesehen hat, glaubt's. Drei. Die ist schon wieder hinten. Und immer schön auf den Tanks rumlaufen, auf denen ein Flammer steht. Wissen wir hier gerade sowieso. Weil wir sonst da nicht weiterkommen. Da liegt auch irgendein Polizist hier oben drauf. So. Wollen wir mal hier weiter? Ja, ja. Du bist aber auch wieder umgestiegen von einer schweren Pistole auf zwei, ne? Ja, weil die zwei einfach viel stärker sind. Boomer wegstoßen. Achtung. Wow. Oh, was geht denn da gerade ab? Du hast die Meute aufgerufen, auf jeden Fall. Cool. Aber da war doch so eine riesige Explosion, hast du es gesehen? Ja, das war der Tanklaster da, der da gerade wieder ein bisschen zurückrollt. Krass. Oh, die schiebt mich. Ach, die schiebt mich. Gehen wir runter. Ja. Dann war ja irgendwie rüber. So, unsere beiden da oben kämpfen noch auf den Laster. Ich hoffe mal, die kommen irgendwann. Oh, wie ist das Feuerwehr? Nee. So, die ist es warm. Müssen wir uns jetzt hier wieder rüberbacken? Habe ich eigentlich keine Lust drauf. Warte mal. Hier könnte man rüber, aber wie gesagt, habe ich eigentlich keine Lust drauf. Obwohl, kann man hier... Warte mal, halt. Guck mal hier rechts. Ah, ja, genau. Aber ich glaube... Doch, wir müssen runter. Ja? Ja. Ah. Bisschen kompliziert gebaut, das ganze Ding hier. Aber trotzdem geht es jetzt nicht weiter. Doch, doch, hier. Ich sehe ihn, dass ein... Ah. Wenn deine Bulle dreckig ist. Stopp. Ah, Hilfe. Kommst du? Nein. Ich bin da. Charger prügelt auf Arkay ein. Der hat meinen Weg nach unten gerade ein wenig beschleunigt. Und jetzt kommen sie hier nach und nach runtergefallen, die Zombies. Auch ein ziemlich geiles Level hier gerade. Hm? Auch ein ziemlich geiles Level gerade. Aber ein bisschen schräg. Also wir wären jetzt fast schon wieder falsch gelaufen, ne? Die darfst du nehmen. Ich möchte die nicht. Liegt eine ziemlich fette Knarre. Big Gun. Hey, wieso... Wieso redest du auf Englisch und ich auf Deutsch? Weiß ich nicht. Aber die hatten 150 Schuss. Das ist doof. Ich will eigentlich nachkommen. Ich benutze sie. Ne, dann jetzt binhörerdeutsch. Komm, wir sind die Nade. Wir haben sie einfach nur vergessen. Äh, wo müssen wir jetzt hier lang? Kommst du? Ich glaube, wir müssen hier entlang. Oder? Da zum Haus da oder was das da ist? Ja, ich nehme die mal noch viel schneller. Ist das ein Safe umgefallen? Einfach den Zombies entgegen. Aua. Scheiße. Danke. Ja, hier kommen auf jeden Fall schon mal Zombies. Und da ist der Leiter nach oben. Und die zieht mich hier wieder rüber. Die müssen mich retten. Ja, ich versuch's gerade irgendwie. Doch irgendwie kommt er nicht dran. Der ist mit dem Sniper. Danke. Das war gerade und rechtzeitig mit 7 AP. Warte, ich muss mich verarsten, bevor ich da hochgehe. So, ich bin oben. Hier ist ein Medi für dich. Oder für irgendwen, der ist gerade schon gekommen. Ich. So, wie geht's hier weiter? Ähm, hinterm Haus. Einfach, denke ich mal. Ziemlich komisch hier gerade. Kann man hier rein? Ja, funktioniert. Ist hier irgendwas drin? Oh, ne, AK-47 ist hier drin. Ich werde die nämlich wieder, weil die andere hat jetzt schon wieder kaum noch Muni. Die ist zwar lustig, weil overpowered, aber ganz wenig Schuss. Ja. Schuss. Oh. Oh, da bricht da gerade die Brücke zusammen. Und, äh... Da, weil die gerade eine Bombe draufgeworfen haben, die Jets. Ja. Ich hab's noch eine Bombe. Riesenjäger. Ja, sehr gut. Wow. Gut. Danke. Ich hab noch einen Molotov einstecken. Jo. Weg das. Da ist ein Hunter, der ist tot. Sehr schön. Wow, du hast Hunter gefürztet. Der Herr. Das war ganz... Das war für alles. Das war ganz ziemlich überrascht, dass der Stand, dass ausgerechnet AK den Hunter gefürztet hat. Ja, den hab ich in Fluchgewicht, angeblich. Jo. Cool. Oh. Das war Alice. Hopper. Ja, ist ohne Spaß. Du tust irgendwie immer alles außer Hunter. Das ist kein Scherz. Ich hab mich echt gewundert, als da schon AK den Hunter gefürztet hat. Krassische Scheiße. Ich hab's ein kleines Räuschen mit einem Propan-Tank und nur noch Spaß drin. Tja. Wohin nun? Gerade außer unten. Einzelne Zombie, die mir wechselt. Safe room. Safe room. Room. Oh. Oh. Ah, das war gerade dumm. Weiß ich. Guck da rein. Du gehst mich oben. Guck da hin. Und dann wird ich von so einem Charter angesprungen. Ist gut. Da ist ein Hunter oder so. Und du hast den Himmel. Schick mal deinen Freundinnen rein. Komm rein. Ja, also. Komm rein. Mörderischer Bach. Letzter Teil. Das hört sich ja unglaublich freundlich an, Malida. Mhm. Georgia können ein gesamtes Teamplatten machen. Ja, wenn wir alle in einer Reihe stehen, ist scheiße, ne? Oh, ja. Okay, aufmunitionieren. Medikit pfeife ich mir auch noch eins rein. Ich muss noch schneller sein als die andere mit wieder eins klauen. Ja. Gut. Geschafft. Und was nehmen wir denn da mit? Ach, ich bleib bei der AK. Die macht... Ja, die macht mir so Spaß. Und da draußen ist schon wieder einiges los. Ist das da ein Sniper? Ich fang schon mal an. Krass. Ich will das mal im Licht sehen. Oh, ein neues Sniper. Krass. Ah, du bist voll durchgerannt. Das Sniper hat ich noch nicht. Ich hab dir drei Kugeln im Arsch dran hängt. So, wollen wir mal, ne? Ins letzte Kapitel, beziehungsweise ins letzte Level. Ja, warte mal, mal kurz mit Vorrennen, bitte. Okay. Jetzt bin ich bei dir. Hi. So, hier hinten haben wir noch Money rumliegen. Ja, dafür bin ich gerade nämlich wieder zurückgegangen. So, da ist ein Knopf, den wir rufen müssen. Ah, ein Funkgerät. Aber Sekunde, da lag noch Molotow. Ne, Rohrbombe, die nehm ich mal. Okay. Dann ruf ich mal das Funkgerät oder benutze das Funkgerät. Das ist die Rohrbombe nicht. Nimm du mal lieber da das Money. Alles klar. Ein Jedi. Ja, nicht weit nördlich von hier ist also eine Militär-Safe-Zone. Bäm. Bäm. Wir kommen. Und dann wurden wir mal wieder gerettet. Wahrscheinlich. Hoffentlich. Hoffentlich, ja. So oft, wie wir gerettet werden und dann wieder hier bei den Zombies sind. Oh. Aber waren wir eigentlich schon gerettet? Hm? Waren wir eigentlich schon gerettet? Ja. Deswegen vermute ich ja, dass es halt einfach so ein unzusammenhängender DLC ist. Sehr mysteriös hier alles. Wenn ich mal denke, wie lange ich jetzt schon in The Walking Dead versuche, endlich gerettet zu werden, beziehungsweise mich selbst zu retten, haben wir hier ein unverschämtes Glück dagegen, wie oft wir gerettet werden. Ja, warum eigentlich nicht? Brennt es hier irgendwo oder was? Ich frag mich auch gerade, was das ist. Sieht so komisch aus, ne? Ja. Und übelster Dampf. Ach, da oben. Rechts von uns. Rechts oben. Äh, ah. Waldbarns. Ah, irgendwie sowas. Nicht schön. Gar nicht schön. Wahrscheinlich fackelt das Militär hier schon überall alles ab oder so. Hm. Wunderbar. Der RTH darf zuerst, wenn der möchte. Ne, wir schießen ja erstmal alles ab, dann. Ah, ich werde nach hinten gezogen. Hilf sie bitte. Ich werde da unten meine Rohrbomben behindern. Ja. Genießen wir die Show, komm. Boom. Wunderbar. Hey, das steht mir hier um die ganze Zeit an. In dem Boot liegt auch Munition, ne? Ja, glaub ich. Alter. Alter. Und liegt noch weiterer Sniper. Yeah, oh. Ja, mich auch. Ich dachte nur, das Wasser würde unseren Fall bremsen. Warte denn, nachher und Sniper. Ich gucke mal, das ist. Und tank, tank, tank und Hunter. Oh, für den Tank, wenn ich zu ständig. Oh, für den Tank, wenn ich zu ständig. Ist er tot? Ist er tot? Ja. Oh, Gott sei Dank. Und Alice hat Probleme, hinten. Oh, oh. Huh. Puh. Ich bin da. Der Heli muss also eigentlich schon ganz in der Nähe sein, hat mein Charakter gesagt. Ich hab ihn noch nicht gesehen. Hm. Boomer, wo denn der schon wieder? Oh, oh. Oh, oh. Schmeißen wir noch nach der vorne. Geh zurück, geh zurück, geh zurück. Ich bin zurück, ich bin zurück, ich bin zurück. Gut. Wunderbar. Gut, gut, gut. Hier ist gesichert. Yeah, nice. Rochelle-Bremser, glaub ich, ist ein bisschen mit, aber. Guck mich mal an. Oh, yeah. Du treibst die gerade vor die Nase und so. Hast du jetzt ausgeprannt hier? Ja. Ja. Endlich. Weiter geht's. Das hat ganz schön gut funktioniert. Mir fehlt hier die Witch in den Level. Sag ruhig. Hier gibt es eine Treppe nach oben. Ja, ich sehe es. Hier auch. Hier gibt es eine Leiter. Hier gibt es eine Treppe. Also eine richtige Treppe. Ah, die Leiter kann man nicht benutzen, sehe ich gerade. Wir sind auf dem Weg zu dir. Oh. Oh, shit. Boomer. Wow. Den hat er aber schnell erwischt. Das ist ein beschissener Shit. Das ist ein beschissener Shit. Halt. Haha. Beschissener Shit. Der du. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Triple. Oh mein Gott. ich kann wir können da noch nicht nachkommen weil wir sagen oder können wir das ich habe gerade ich bin noch ein eigener einsterbe ich bin da wir sind da da ist man medik jetzt habe überlebt ja weil wir da sind aber irgendwie hat er gar kein damage mehr gemacht das war das komische und es stand 25 und er hat nicht noch gezogen und trotzdem habe ich gar keinen mitbekommen und dann kommt ein zombie und haut nicht einmal alter ich muss mich auch mit heilen einfach mal mit der freizei okay wieder halbwegs sicher halbwegs würde ich sagen so ist das nicht noch dahinter ist der heli schon wundervoll ich bin jetzt hier noch zu ende bin gleich bei euch ich heil mich gerade hoch weil ich am hinken war wollte ich sagen wir kommen leute wir schaffen das nice da liegt noch ein medikits können die mal aufhören mir jetzt hier zu nerven alter 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 wir müssen da hoch jetzt wollen sie es aber doch mal wissen ne kommen wir in den wir müssen hier und unten uns jetzt durch das grande finale von left for dead 2 hier außenrum ganz schnell das ist das geht das jetzt auch nicht links campus das hier schon sein nach ja oh mein gott hier ist ja irgendwie da da gerade muss er zwischen schießen und schlagen ab ja geht mir genau so da ich bin da gleich mit der scheiß auf alles ja alles wird man wieder nicht schafft der ist eigentlich schon tot jetzt sind auch noch mit tank und sowas meine fresse und du scheiß leiter funktioniert ich habe noch mal ein bisschen auf den tank geballert ist er noch da keine ahnung so das war's mit alles und schnell ist schon auch dabei zu sterben wir sollten einfach mal reingehen ja da haben wir das spiel würdig beendet wir zwei haben es geschafft ein nüß pfeifug schrauber hat uns gerettet wunderbar das war's ja wir bedanken uns fürs zuschauen leute hoffentlich hat es euch viel viel spaß gemacht zum gedenken an rochelle und alice und all die anderen die es nicht geschafft haben auf unserem weg der zerstörung kuss 34 minuten nur wir sehen uns dann bei irgendein anderer projekt würde ich sagen ach lasst doch einfach mal ein paar kommentare da sagt mal wie es euch gefallen hat postet ruhig vorschläge was wir im lpt noch machen könnten ich muss weg vor allem ob shooter usw oder andere spiele und ja dann würde ich sagen wir lassen die zahlen noch durchlaufen bis wir gesehen haben welche zombies wir erlegt haben wir verabschieden uns an dieser stelle bis zum nächsten mal tschüss 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 tschüss